Herzlich willkommen in unserer Viva Dekor Kreativwerkstatt. Heute möchte ich euch unseren 3D Glitter Liner vorstellen. 3D Glitter Liner ist eine permanente Farbe, die aus einem Malstift aufgetragen wird und die wirklich 3D Dekorationen zaubert auf euren Objekten. Damit könnt ihr zum Beispiel Gegenstände, die ihr vorher mit Servettentechnik verziert habt, schön akzentuieren. Wie das funktioniert, möchte ich euch zeigen. Nehmt euer Objekt und zeichnet einfach die Konturen, die ihr akzentuieren möchtet, einfach aus dem Malpen direkt nach. Das Ganze lasst ihr einfach gut trocknen und dann wird die ganze Brillanz des 3D Glitter Liner sichtbar. Ich wünsche euch viel Spaß und viele glitzernde Ideen mit dem 3D Glitter Liner von Viva Dekor.